Er steht bereits auf der Bahn rechts im Westen, startbereit die Mi-262. In diesem Fall natürlich ein Nachbau des Originaljägers aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt keine flugfähigen Modelle mehr von damals. Aber dieses Exemplar wurde mit viel Arbeit und viel Enthusiasmus nachgebaut. Zu den Daten gleich ein bisschen mehr, nachdem das Flugzeug gestartet ist. Genießen Sie die Silhouette am Himmel über Berlin, das ist wirklich einmalig. Davon gibt es nicht sehr viele auf der Welt, meine Damen und Herren. Das war das erste düsengetriebene Kampfflugzeug der Welt, das im Einsatz war. Und Eigentümer und Halter dieser Mi-262-B1-A ist die Messerschmitt-Stiftung aus München. Und die Tango-Tango, die wir hier sehen, hat ein bisschen zum Lebenslauf. Im Juli 1993 wurde mit dem Konstruktionsbeginn von fünf Nachbauten in Texas begonnen. Und dazu wurde eine original doppelsitzige Schulmaschine, die sich in der Hand der US Navy befindet, aus dem Zweiten Weltkrieg komplett zerlegt. Alle Teile wurden kopiert, um so die Nachbauten herzustellen. Die Geschichte dieser Flugzeug beginnt in 1993, in Texas, in Amerika. 1999 ist das Projekt dann von Texas nach Seattle umgezogen. Und im Herbst 2000 wurde das Originalflugzeug, das zerlegt wurde, um die Teile zu kopieren, wiederhergestellt und an die US Navy zurückgegeben. Und der Herbstflug des ersten Nachbaus fand dann im Dezember 2002 statt. Danach gab es recht schnell, bereits im Januar 2003, nur wenige Wochen nach dem Herbstflug, einen technisch bedingten Landeunfall mit schweren Schäden an der ersten Maschine. Und erst anderthalb Jahre später, im Juni 2004, flog die Maschine dann wieder. Januar 2006 wurde die Maschine dann nach Europa gebracht, mit einer Cargo-Locker. Nach Luxemburg wurde dann weitertransportiert, in einem LKW, in das Flugmuseum Messerschmidt, nach Manching bei Ingolstadt. Und der zweite Erstflug, wenn man das so nennen darf, fand dann in Deutschland, in Manching, am 25. April 2006 statt. Und den ersten Auftritt in der Öffentlichkeit dann, die Europa-Premiere. Ja, die beiden Triebwerke sind zwei GE-CJ 610-9 mit einem Leistung von zweimal 1.406 Kilopont. Und dazu ist es, die Original-Triebwerke werden viel zu unzuverlässig, sind deutlich kleiner als die Original-Triebwerke. Und bei der Rekonstruktion wurde um diese neuen Triebwerke herum eine Blende gebaut quasi. Wenn man heute also die Triebwerksklappe öffnet, schaut man auf diese Blende und die sieht genauso aus wie das Original-Triebwerk. Und erst darunter befindet sich das moderne Original-Triebwerk, das in seiner Leistung so getrosselt ist, um das Flugbild und die Leistung darzustellen, wie es die Me 262 1942-43 im Einsatz hatte. Interessante Geschichte noch. Während die Me 262 schon zur Landung einschwebt. Im Original-Design, ganz am Anfang, wurde sie mit einem Spornrad gebaut. Man hatte ja keine Erfahrung mit Kampfflugzeugen, mit Düsenantrieben. Und man hat dann herausgefunden, dass bei Startversuchen es keine Kontrolle mit dem Höhenruder gab. Und das Heck des Flugzeugs kam einfach nicht hoch und man konnte nicht ansteuern. Und so umhalte man eine weiße Linie in die Mitte der Startbahn an einem bestimmten Punkt. Und dann bei einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn der Pilot diese Linie erreichte, tippte er kurz auf die Bremse. Das sorgte dafür, dass das Heck des Flugzeugs sich anhob, in den Wildschal kam und der Pilot jetzt die Möglichkeit hatte, mit dem Höhenruder den Start einzuleiten. Tja, und so reden wir heute über drei Erstflüge eigentlich, diesen Modells. Im Original am 18. Juli 1942 in Leibheim flogen wurde das Flugzeug heute von Wolfgang Schirdewan, einem Testpilot von Airbus. Diplom-Engineer und Testpilot, Absolvent der britischen Testpilotenschule. Und hat Flugerfahrung auf Eurofighter Ranger 2000, MiG-29, Tornado, MiG-262 und der HA-200. Sie besonders zur Heranführung durch die Luft per Feitschirmabsprung befähigt. Kann aber auch, wie die Jägertruppe mit Transporthubschraubern anlanden. Dieses Bild wurde Ihnen ja vorhin schon gezeigt. Besonders schwierig sind dabei Absprung und Einsatz im unbekannten Geländer. Feitschirmjäger können daher überraschend an entscheidenden Gefechtsabschnitten oder im Rücken des Gegners operieren. Durch diese Fähigkeit werden Feitschirmjäger... ... ...